Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Noob Spiel Super Smash Bros. Ultimate, wieder mit Steven und mit Patrick am Start. Diesmal keine random Charaktere, sondern wir haben uns jeder Charakter rausgesucht und dürfen pro Runde wechseln. Viel Spaß! Boah, was hätte ich jetzt nicht gedacht? Ich hätte gedacht, Patrick nimmt jetzt Yoshi. Ja, hätte ich aber auch gedacht. Und du dachtest bestimmt, ich nehme Bowser. Nee, ich habe bei dir tatsächlich Super Mario oder Luigi gedacht. Nee, wenn Dr. Mario. Mario ist scheiße. Nee, ich habe ja auch nicht... Meine ich doch Dr. Mario. Sag das super. Habe ich Mario gesagt? Zumindest super. Alles gut. Ist angekommen. Ich finde Mario ja nicht super, deswegen würde ich Mario nie Super nennen. Hohoho. Nö. Scheiße. Oh, oh, ich will runter. Ich will runter. Geht nicht. Ach, scheiße. Ja, die scheiß Wolken. Die Braten kaputt machen. Wuhu. Hahahaha. Aua. Was war das für ein Kill, Steven? Ja, man. So muss das. Mit der Faust. Hey, 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 hey. Was denn? Oh, was ist das für ein komisches Feature? Find's cool, dass ich hier taunten kann. Nicht so wie im normalen Online. Oh. Taunte und falle den Tod. Das war dumm. Nein. Oh, mach. Oh, nein. Du bist so eine pissen Helpe, ne? Nein. Ja, ihr. Ihr könnt mich mal am Arsch lecken, 2 Doppel KOs hintereinander. Gehen wir jetzt beide in den zweiten? Ja, krass. Lass mal deine Stats sehen. 4 KOs habe ich und 4 Stu... ja logisch. Wow Steven, ich habe dich 3 mal getötet. Und du mich auch 3 mal. Warte, Spieler? Jaja, ich habe gerade noch in der Lobby. Ach, nicht in der Lobby, im Endbildschirm. Ne, Moment, ich wollte noch... Dann geh mal raus, dann such dir einen anderen Charakter aus. Ich wollte gerade sagen, jetzt kann ich nicht mehr raus. Ach nee! Boah, Marc hat alles wieder versaut. Vielen Dank. Ich wollte gerade sagen, klick dir hier einfach rum und zack bin ich in dem Spiel. Hat eben noch die Regeln angesagt. Ja, wenn ihr einfach auf bereit drückt... Du! Ja, nächste Runde dann Leute, kommt schon. Oh, ich hasse so bunte Maps. Da habe ich keinen Überblick. Boah! Ja! Skill ist da! Kann ich hier drauf? Nein! Ah! Wie lädst du den Schlag da nochmal auf, Donkey Kong? Ähm, einfach nur B. Okay! Oh, Crystal! Cooles, grimmiges Gesicht. Ja! Ah! Schön taunten danach. Wo bin ich besser? Als wenn es mein Erfolg wäre. Wo bin ich besser? Ja! 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 Nein! Das ist ein bisschen ungewöhnlich zu kämpfen, wenn man immer sofort bei jedem Schlag rausfliebt. Ja! Das ist halt... Da komme ich überhaupt nicht noch klar. Jetzt vor allem, wo ihr alle Kämpfe habt, mit denen ihr spielen könnt. Ja! Cool! Oh! 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 Ey, lach nicht dein, das ist auch daneben gegangen. Oh! Oh, du Penis! Nein! Nein! Das kriegst du sowas von! Hör auf zu taunten, ey! Oh! Jetzt kommst du aber wieder mit Fachbegriffen an! Dann erklär mal! Taunten ist ähm... Dieses... Ja, wie soll man sagen... Ja, das, was Patrick hat gemacht hat! Provozieren! Ach so! Das gehört doch dazu! Steuern! Ja, natürlich gehört das dazu! Ja, genau! Der verschiebt die Stage immer! Zumindest die Perspektive, damit du dann nicht alles siehst! Du bist so eine kleine miese Schamper! Ich hasse dich, ey! Hör auf zu taunten jetzt! Oh! Guck mal, selbst Elias lacht dich aus! Ja! Ach ja! Ist schon gut für mich! Ich weiß ja! Ah, seid ihr da nicht so selbstsicher, ne? Erstmal musst du in die Stage reinkommen! Ja! Gut, safe! Oh nein! Verkack dich! Ha! In your face! So, jetzt dürfte Charaktere wechseln! Ach so! Vielen Dank! Jetzt ja auch! Alter! Wie viele K.O.s hab ich gemacht? Ah, ich hab grad mal einen! Ich hab 8! Oh, fair aufgeteilt zwischen euch beiden! Süß! So! So! Wie kann ich jetzt den Charakter wechseln? Ihr müsst einmal auf B drücken! Einmal unten! Und dann auf Kämpferwahl! Einmal unten in der Ecke! Ah, jetzt! Wähle deinen Kämpfer! Wähle deinen Kämpfer! Oh! Kein Wasser mehr! Scheiße! Seid ihr ready? Jawoll! Bin ich mal gespannt was... Das war so klar! Ihr Pisser! Hahaha! Hätte doch bei Lucina bleiben können, ey! Pfff! Ach ne, der kann nicht kontern, ne? Ne, der kann nicht kontern! Aber ich hab mit Lucina auch sehr wenig gekontert! Also du versuchst auf jeden Fall! Jaja, ich versuch mit dem auch immer zu kontern! Nö! War klar! Wenn er mit besteht, hat Probleme! Nein! Schon raus! Ach! Alter! Lululu! Das kenn ich! Au! Chaos! Nein, 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 nein! Weg da! Ich hab gar keine Chance, hier mal irgendwas zu machen! Haha! Nein! Oh, Mann! Der ist voll scheiße, wenn man kampf mit Items... Haha! Oh! Ja, kampf mit Items sind eklig! Tschüss, die Leute! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Wow! Wow! Ernsthaft? Jeder hat noch ein Leben von uns! Ah, ja, genau! Box Mark! Haha! Ne, 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 ne! Nicht mit mir! Da! Na, ne, ne! Papa! Kannst du nicht mit Bowser durch den Boden aufstampfen? So? Ne, ich glaub der kann nicht durch alle Ebenen, also da gibt's irgendwie schon mal Unterschiede! Ja, ich kann... Ich kann das entscheiden! Ich kann quasi... Mama! Mama! Achso, wenn du weiter durchdruckst, dann geht der weiter durch! Ja, ja, ja! Alles Kind! Schon wieder Gummibärchen! Alter! Zuckerschock hoch durch 15! Zuckerschock! Zuckerschock! Jut! Das war's mal wieder von meiner Seite, ähm... Steven, Patrick, vielen Dank! Ich hoffe, euch hat die Folge Spaß gemacht! Wenn ja, lasst ein Like da! Wir sehen's beim nächsten Mal, macht's gut, tschü tschü!